Moin! Ja, Sonntagmorgen ist. Ich sitze hier nicht mit einem Kaffee diesmal, sondern mit einem Tee. Ist immer kein gutes Zeichen. Eigentlich sollten hier noch mehr Spiele stehen für diese Woche, aber gestern der Spielnachmittag ist aufgrund dieser, nicht aufgrund dieser Tasse, aber aus Gründen, weswegen dieser Tee hier jetzt steht, auch ausgefallen und dementsprechend ist aber doch noch einiges, was die Woche so lief. Es lief nämlich echt gut und dementsprechend haben wir hier eine Menge Spiele, auch eine Menge Spiele, wenn ich so gucke, die entweder lange nicht da waren oder noch nie da waren und dementsprechend war es sehr cool, ohne dass es alles jetzt irgendwie nur neuer Kram ist und das finde ich ja immer besonders gut. Ja, ansonsten, was war los sonst die Woche? Es wird auf jeden Fall nochmal kommen, ein Video, warum gerade momentan eben so wenig los ist auf dem Kanal. Da werden wir jetzt demnächst nochmal ein Video zu drehen. Das hat nämlich alles Gründe, aber das wollen wir jetzt nicht irgendwie mal hier was, mal da was, sondern machen wir mal so ein komplettes Kanal-Update. Das ändert sich alles auch wünschenswerterweise natürlich wieder, aber zur Zeit ist es eben, wie es ist. Ich trinke einen Schluck Tee und dann geht's los. Gut, dass man sich nicht verspricht, also vorsichtig, aufpassen, dass man sich nicht verspricht, aber trotzdem. Trinke ich den mal eben hier. Das ist übrigens Kamillentee, ist nicht mal schwarzer. Es ist eben kein Kaffee, aber es ist okay. So, die Woche ging los mit Eurogame, Aquamirabilis von Alessia Luca. Erschienen bei Gotha Games, englischer Verlag, der immer mal wieder so alle zwei Jahre, fast oder eher alle zwei Jahre, so ein Eurogame raushaut. Und davor war es Tadmor, das leider noch auf dem Pile of Shame liegt. Jetzt ist es Aquamirabilis, ein Spiel, das kein so schönes Cover hat, das gebe ich zu. Aber das Spiel selber, das hat es doch schon in sich. Also wir haben es mit vier Leuten direkt gespielt, also direkt in Vollbesetzung. Ja, wir waren in Vollbesetzung. Und es ist ein Spiel, bei dem ich, es ist ein Workerplacer. Ich baue, oder ich stelle Parfum her, muss auf den Markt gehen, Blumen besorgen, aus diesen Blumen kreiere ich Düfte. Ich muss verschiedene, mir besorgen verschiedene Herstellungsmethoden, also Werkzeuge besorgen, um einfach möglichst effektiv diese Düfte, diese Essenzen, sage ich mal, diese Essenzen zu produzieren. Dann kann ich aus diesen Essenzen wieder Parfum machen. Das ist nicht noch eine Aktion, das kann ich dann jederzeit machen. Das ist auch ganz gut so, dass man da nicht einfach so sehr ins Detail eingeht. Und schließlich kommt, sage ich mal so, der Kern, man muss diese Essenzen am Hof vorstellen. Und am Hof in Versailles eben ist es so, dass der König immer bestimmte Vorlieben hat an Düften, die er möchte. Und auch so die öffentliche Meinung, der Hofstaat, sage ich mal so, dass der auch bestimmte Düfte hat. Dass wenn der König eher so auf Neuheiten geht, Sachen, die noch nicht getestet wurden, dann geht der, oder wenig getestet wurden, geht der Hofstaat eher auf Sachen, wo die Mehrheit herrscht. Und dann hat man da so einen Raster und in jeder, jeden Schritt, also abhängig von den Schritten, gibt es dann also so einen Duft, der einem quasi so, der heiße Scheiß ist, sage ich mal, zu dieser Runde. Man kann das mit einer Fähigkeit manipulieren, aber ansonsten ganz schwer, man muss sich halt darauf einstellen. Man kann auch andere Düfte abliefern, aber richtig stark Punkten tun halt die. Und dann hat man verschiedene Level von Empfehlungsschreiben, mit denen man zum einen auf dem Hof was werden kann, eben beim Hofstaat Punkte machen für diese Düfte, wenn es übereinstimmt. Und man kann von Stadt zu Stadt reisen. Man hat so eine Reiseleiste und in dieser Reiseleiste hat man verschiedene Städte. In diesen Städten kann man wiederum Stadtkarten oder so Plättchen erwerben. Nee, nicht erwerben, man nimmt sie einfach. Man sucht sich die auch raus, also man hat da nicht irgendwie Glück, das liegt oben, das muss ich nehmen. Nur wenn ich diese Aktion direkt ansteuere, wenn ich über Reise das Ganze mache, klingt jetzt wahrscheinlich wieder super abstrakt und schwer nachzuvollziehen, habe ich auf jeden Fall dann die Wahl, da auszusuchen. Je mächtiger diese Plättchen sind, also in Städten, die weiter entfernt sind, sind die Plättchen in der Regel auch mächtiger, brauche ich aber wiederum ein höher leveliges Empfehlungsschreiben. Und das baut sich auf, aber ich kriege so ein Empfehlungsschreiben am Hof 1, Level 1, dann kann ich ein Level 1 gegen 2 eintauschen und so weiter und so fort. Gleichzeitig, das sind immer Pärchen von Adeligen, die ich da besuche und der Mann gibt mir immer dieses Empfehlungsschreiben und die Frau, der mache ich Geschenke. Ich besteche die und dadurch kriege ich Einfluss am Hof, der mir am Ende Punkte bringt. Gleichzeitig aber auch eine Fähigkeit bringt. Das heißt, wenn ich die Frau mehrheitenmäßig auf meiner Seite habe, liefert die mir eine Fähigkeit. Davon kann ich zwei Stück haben im Spiel und die sind relativ mächtig. Zum Beispiel, wenn ich dran bin, kann ich immer nur ein Parfum vorstellen. Es gibt da eine Fähigkeit, da kann ich zwei Parfums vorstellen. Gleich mehrere Punkte mehr. Und so muss man es einfach nehmen. Das ist relativ komplexes Spiel. Und ich habe Freitag noch mit Mirko wieder zusammengesetzt. Wir haben beide gesagt, das erinnert ein bisschen hier und da hat es Elemente, die uns ein bisschen an The Galleries erinnert haben. Ein bisschen Lacerda. Und ansonsten echt ein echt gutes Ding. Es hat wirklich Spaß gemacht. Es hat natürlich so, es hat hier und da ein bisschen Ecken und Kanten. Es ist, man merkt, das ist vielleicht jetzt nicht so der megagroße Verlag, der da dran saß. Es ist, es hat so ein bisschen so ein Problem, was die Übersichtlichkeit eigentlich, das ist ein bisschen fipselig. Das wird manche Leute aufregen, kann ich mir denken. Ich finde, es ist so eine, es ist eine Perle auch wieder. Es ist ein Spiel, ich würde es jetzt nach dem ersten Spiel auf jeden Fall nicht hier geben. Ich habe noch gar nichts zum Zugmechanismus gesagt, denn ich habe Aktionspunkte. Ich habe so eine Rad und allein das mag ich sehr gerne. Also ich habe fünf Aktionspunkte zur Verfügung. Diese Felder, die ich besetze per Worker Placement, haben einen unterschiedlichen Wert. Je nachdem, wann ich da draufkomme und je nachdem, wie mächtig die Aktion ist, kostet mich das eine bestimmte Anzahl von Aktionspunkten. Das heißt, ich drehe dieses Rad mit den Aktionspunkten immer weiter im Uhrzeigersinn. Und gleichzeitig kommt am Ende, auf der anderen Seite, nicht eine Art, sondern kommt ein Level von Produktionspunkten raus. Das sind eben die Punkte, die ich produziere, wenn ich meine Blumen verarbeite. Und auch Reisepunkte, wenn ich eben von Stadt zu Stadt reise. Und je mehr Punkte ich ausgebe in diesem Spiel, Aktionspunkte, also je mehr ich das mache auf dem Plan, je weniger habe ich nachher jetzt Kapazitäten zu produzieren. Das ist immer ein ewiges Abwägen. Einmal rum heißt immer, der Tag ist vorbei. Und wenn der Tag vorbei ist, geht der gesamte Rundenmarker einen Tag weiter. Das heißt, wir spielen dieses Spiel über drei Wochen. Und jedes Mal, wenn ein Spieler rum ist, geht es weiter. Das heißt, man kann dieses Spiel auch ein bisschen rushen. Man kann auch so ein bisschen auf Geschwindigkeit spielen und sagen, okay, läuft ganz gut. Ich mache dicht oder so. Oder ich arbeite dran, dicht zu machen. Sehr schöne Sache. Aufgefüllt wird immer nur sonntags und so. Aber es hat tolle Ideen dieses Spiels, hat wirklich tolle Elemente. Auch, dass ich am Anfang wirklich so die große Fläche des Spiels habe, um wirklich alles Mögliche zu nutzen. Wo man denkt, okay, ist ja doch viele Optionen. Aber halt auch viele Optionen, die ich ohne Probleme nutzen kann. Aber das wird immer enger, weil bestimmte Sachen werden im Laufe des Spiels einfach nicht mehr so wichtig. Und so findet dann da vorne auf den teureren Plätzen wirklich echt ein harter Kampf statt. Es macht Spaß. Es ist wirklich ein tolles Spiel für Eurogame-Fans. Wirklich super. Ich habe auch schon Meinung gehört, wo es nicht so ankam. Ich weiß nicht, wie es zu zweit ist. Das muss ich nochmal testen. Ellie hat auf jeden Fall Lust drauf. Ich hoffe, dass wir es bald mal auf den Tisch kriegen. Zu viert fand ich es auf jeden Fall klasse. Zu zweit aufgrund von Mehrheitenwertungen und so. Muss man das Ganze mal sehen. Kann natürlich sein, dass das eigentlich erst in Vollbesetzung richtig zündet. Auf jeden Fall zu viert. Wer oft zu viert spielt und Euros mag, der sollte da mal ran. Zweier mag abwarten. So, dann kamen Solospiele. Aha. Also keine reinen Solospiele, aber ich habe mal Solo gespielt. Und hatte halt ein bisschen Zeit und habe gespielt. Zuerst 1942. Here is the Yorktown. Wir sind im Zweiten Weltkrieg im Pazifik. Ein bis vier Spieler. Und es ist ein Spiel, bei dem ich gegen den Timer spiele. Dementsprechend weiß ich nicht, ob ich da Bock drauf habe, das mit mehr Leuten zu spielen als mit mir. Deswegen habe ich es erst mal alleine ausprobiert. Sing the Carrier hieß das früher mal. War, glaube ich, ein reines P&P-Spiel. Wir haben Flieger. Ich mache das mal so. Wir haben Flieger. Die starten von unserer... Also wir sitzen in Flieger, die eben von der USS Yorktown geflogen sind und auf Patrouillenflug sind. Und die Shuhu, also die japanischen Flugzeugträger suchen und versenken wollen. So, dann gibt es ein Kartendeck. Das wird aufgedeckt. Die zeigt immer an, welche Flieger von der Shuhu aufsteigen. Was die tun, wo die hinfliegen. Und welche Inseln die praktisch besetzen. Die müssen wir dann angreifen. Durch dieses Angreifen steigt weiterhin unser Level auf. Das heißt, je höher unser Level ist. Je mehr Würfel könnt ihr für den Angriff verwenden. Das hat so einen Wargame-Effekt. Bei 1 bis 3 trifft man. Bei 4 bis 5 nicht. Und man kann das Ganze so ein bisschen manipulieren mit so einzelnen anderen Effekten. Und in erster Linie kann ich eben meine Würfelzahl verändern. Ich kann so oft würfeln, wie ich will. Aber immer wenn es eine 1 ist, ist die 1 daneben und gelockt. Also deswegen, ich treffe bei 4 und 5. 4, 5, 6. Die 1 ist auf jeden Fall nichts. Und ich habe es tatsächlich verwechselt mit einem Würfelspiel, das wir gestern gespielt haben. Dieses Würfelsystem. Nee, nee. Ich muss hier gleiche Würfelwürfel. Gleiche Würfelwürfel bei diesem Spiel. Entschuldigung. Dieses hier sind also wirklich gleiche Würfel. Und die 1 ist immer raus. So ist es. Also 4, 4, 4, 3, 3, 3. So. Dann ist es effektiv. Das andere kommt gleich. Und dementsprechend kommt eine Menge Hektik auf. Ich kann zwar so oft würfeln, wie ich will. Aber die Uhr läuft eben weiter in dem Dreh. Okay, das ist Solo vielleicht mal ganz witzig. Ich weiß nicht, ob ich das oft spielen würde. Ich habe ja dieses Lux Aeterna öfter mal gespielt von Frosted. Und das finde ich ganz gut. Da denke ich eine Karte auf und mache nicht allzu wahnsinnig viel. Hier wird es schon sehr, sehr, sehr Bookkeeping. Hier muss ich würfeln. Hier muss ich tun. Hier muss ich setzen und mache einen ganz viel kleinen Counter. Mache ich alles gerne, nur nicht gerne auf Zeit. Ich glaube nicht, dass es mir Spaß macht mit 2 bis 4. Ich glaube auch, dass es alleine nicht lange trägt bei mir. Ich werde es nochmal spielen, glaube ich, jetzt die Tage. Aber eben durch diesen Echtzeitfaktor hier ist es, glaube ich, einfach nicht so ganz meins, würde ich sagen. Vom Hintergrund ist es schon eine ganz interessante Sache. Es ist jetzt auch nicht so hoch thematisch oder so. Aber ja, die Uhr. So, nächstes Solo-Spiel. Nummer ein Tee. Marakaibo. Da wurde mir so oft ans Herz gelegt, auch in der WhatsApp-Gruppe, ich spiele das mal Solo. Der Solo-Modus ist richtig gut, das macht Laune. Habe ich gemacht. Kann ich bestätigen. Ist richtig gut. Ich mag dieses Spiel sowieso sehr, sehr gerne, wisst ihr. Und auch alleine hat es Laune gemacht. Allein das Spiel übernehmen gegen so ein Automadeck. Und man muss sich ständig darauf einstellen, was er halt macht. Und das Schöne bei diesem Automadeck ist, aber es ist nicht so mega dick. Ich bin jetzt auch nicht so der automatisch erfahrene Spieler. Vielleicht ist das ja immer so. Aber es ist nicht so mega dick. Das heißt, es wiederholt sich oft. Das heißt, ich kann mich darauf einstellen. Zwar nicht auf die Reihenfolge, aber ich kann mich darauf einstellen, was er so ungefähr macht. Wie er tickt, dieser Bot in den vier Runden. Und er macht halt eine unheimliche Geschwindigkeit. Das ist in der Regel so. Denn auch wenn er immer nur ein, zwei Felder setzt, er setzt ihn nur von Stadt zu Stadt. Er lässt diese ganzen kleinen Dinge aus. Da platziert er noch einen Marker. Da nimmt er sich eine Karte. Alles Punkte. Das sind alles Punkte. Und dementsprechend prescht er gut vor. Was überhaupt nicht kam, großartig in meinem Spiel, war Kampf. Ich glaube, ich habe zweimal gekämpft. Und dementsprechend war auch gar nicht so viel, was diesen Aktienmodus ausmacht. Da hoffe ich tatsächlich, dass er noch ein bisschen mehr tut in nächster Zeit. Aber das ist für mich auf jeden Fall eine schöne Gelegenheit, diesen Story-Modus noch mal so ein bisschen tiefer zu erkunden. Und jetzt erstmal würde ich sagen, es ist nach wie vor genau da, wo ich es gerankt habe. Als mein Nachbarn-Baser zweitliebster Fister. Und auch der Solo-Modus hat das bestätigt. Das Spiel ist verdammt gut. Und hat mir wirklich Spaß gemacht. Ich bin gespannt, wie es da weitergeht. Und trinke noch einen Schluck Tee. Dann haben wir gespielt. Donnerstag war Jochen endlich mal wieder dabei. Und Kai war auch da. Hi. Und wir haben Tinner's Trail gespielt. Ich habe es leider nicht hier. Ich habe auch keine SMS gestern von Jochen bekommen oder WhatsApp, dass er das irgendwie im Drehwommen-Flohmarkt gefunden hätte. Von daher kein Tinner's Trail gerade für mich in Sicht. Martin Wallace. Und Martin Wallace mit ein bisschen mehr Glück und Gezocke. Aber trotzdem den typischen Kniffs. Aber auch da muss man eine Menge überlegen. Wir sind unterwegs. Ich meine, das ist Southend und Sea da unten in die Ecke in England. Und da geht es eben um die Zinnminen. Wir müssen aus diesen Minen Zinn- und Kupferlegierungen uns besorgen. Also Edelmetalle oder überhaupt Metalle rausholen. Das Problem ist allerdings das Wasser. Das Ganze wird gewürfelt per Zufall. Wie viel da drin ist. Wie viel Wasser ist drin? Wie viel von den anderen ist drin? Es gibt einen Börsen- Naja, es gibt einen Preismarkt, würde ich sagen. Börse, wie ich das nicht nenne. Es gibt einen Preismarkt. Und auch der wird in jeder Runde gewürfelt. Also der Swing total. Das heißt, man ist völlig abhängig von den Würfeln, was diese Preise machen. Man ist völlig abhängig von den Würfeln, was man dann da vorfindet. Allerdings sind das keine B6. Das ist das mal also vorausgesetzt. Und dann geht es eben darum, dass man sich lukrative Grundstücke da besorgt. Seine Fabriken da baut. Förderkapazitäten erhöht. Und das Wasser möglichst effektiv abpumpt. Denn je mehr Wasser ich da drin habe, je mehr Geld kostet, das Ganze zu fördern. So. Und dann habe ich am Ende der Runde wünschenswerterweise das Metall da vor mir liegen, was am meisten Geld bringt. Und auf dieser Preistabelle, was sage ich dann, das Zinn liegt irgendwie bei 8 Dollar oder 8 Pfund. Entschuldigung, 8 Pfund. Und ich habe da 4, dann würde ich 32 Pfund kriegen. So. Das heißt, alles, was ich, ich nehme diese Holzwürfel, Ressourcenwürfel nicht mit in die nächste Runde. Ich muss das zu Geld machen. Ich kann das aber direkt in den Markt investieren. Was auch Sinn macht. Denn nur Punkte, die ich in den Markt, oder Geld, das ich in den Markt investiert habe, bringt mir am Ende auch Punkte. Und das ist auf jeden Fall schon mal eine sehr, sehr coole Sache. Denn da kann man schon mal so ein bisschen, ja, vielleicht so eine kleine Vorentscheidung treffen. Wenn man eine Runde hat, die wirklich gut lief, rein damit. Allerdings muss man immer wieder abwägen, wie viel von dem Geld investiere ich in den Markt, wie viel nehme ich mit in die nächste Runde. Denn ich muss Grundstücke weiterkaufen. Das läuft über einen Bietmechanismus. Denn wenn ich dran bin, sage ich, ich spiele dieses, ich möchte dieses Gebiet haben. Ich weiß in der Regel oft, bis auf so ein paar Startgebiete, nicht, was da liegt. Das heißt, erst wenn ich es erschlossen habe, kann ich es auch prospektoren, sage ich mal, und feststellen per Würfelwurf, was da zu holen ist. Macht allerdings thematisch letztendlich auch wieder Sinn. Und auch der Würfelwurf auf den Markt. Was hat denn so ein kleiner Bergarbeiter oder Bergarbeiter-Company groß mit dem Weltmarktpreis zu tun? Also von daher, das passt auch alles, finde ich. Und ja, deswegen muss ich immer gucken, wie viel Geld brauche ich denn effektiv noch? Und das Fördern natürlich. Das Fördern kostet eben auch noch Geld. Wenn ich nicht fördere, gibt es in der nächsten Runde kein Geld. Man ist ständig in so einer Zwickbrille. Das Ganze wird angetrieben mit so einem Timetrack. Bisschen anders als bei Australia zum Beispiel. Ich habe verschiedene Aktionen, die ich mache und die kosten eine bestimmte Anzahl von Zeiten. Habe ich so eine Skala, dann setze ich da rüber. Ich habe zehn Zeiteinheiten zur Verfügung pro Runde. und es ist immer der dran, der hinten liegt auf dieser Skala. Und der macht seine Aktion. Das heißt, wenn ich eine mächtige Aktion mache, wie zum Beispiel eine Art Rohrverbindung oder Stollengraben von einem zum anderen Grundstück, das schmeißt noch wieder neue Ressourcen auf den Markt und pumpt gleichzeitig Wasser ab, kostet aber drei Zeiteinheiten. Dann ist der hinter mir, wenn ich das gleich am Anfang mache, erstmal so ein bisschen dran. Und dann gehen wir unter Umständen auch wieder wichtige Sachen flügen. Ganz, 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 ganz viele tolle Ideen. Das ist erschienen, ich meine bei Tree Frog und dann später nochmal bei J.K.L.M. und dann ist es verschwunden. Wenn ihr dieses Spiel irgendwo seht, mal zahlt man ein bisschen mehr, mal macht man echt einen Schnapper. Aber es lohnt, es lohnt. Es sieht nach nichts aus, aber dieses Spiel hat bewiesen, Holzklötze reichen. Mehr brauchst du nicht zum Glücklichsein. Wirklich, ist so. Und tolles Teil, tolle Optik, tolles Spiel, einfach, ja, ein Hammer. Weil es ist, glaube ich, das dritte Mal, dass ich es gespielt habe, weil es, glaube ich, schon dreimal hier drin in der Sendung und es ist toll. Es ist einfach toll. Und ich möchte es unbedingt noch haben für meine Martin-Rollis-Sammlung. Ich trete noch einen Schluck Tee und dann geht es weiter. So, dann habe ich mit Mirko getroffen, wir haben ein bisschen über die Con geplant, das sind gute Nachrichten. Wir haben sowohl fast fertig geplant, also dass wir vielleicht da in Kürze in die Vollen gehen können mit der Con dieses Jahr, 2020. Haben auch schon für 2021 ein bisschen vorgeplant, gibt es auch schon ein Datum und so. Kommt alles, kommt alles. Und dann haben wir gespielt. The Longest Trench, das ist jetzt ein Prototyp, ist auch ganz wichtig. Die Fotos, das ist alles Prototypen-Material, kann sich noch was ändern, aber so wird es auf jeden Fall erstmal aussehen. Das sind nicht alle Karten, haben schon ein Bild drauf und so. Optik ist aber sehr schön. Was ich gemerkt habe, ist glaube ich, dass die Optik nicht jedem gefällt. Uns hat es gefallen. Das wirkt so ein bisschen, oder sind wahrscheinlich so nachkolorierte Fotos. Und dieser nachkolorierte Stil von, ich muss mal kurz gucken hier, Grafikdesign, Artwork, Carsten Schulmann, Movie Empire. Und ist es eigen. Aber muss man mögen, ich mag es, Mirko mochte es auch. Und dementsprechend haben wir es dann mal erste Partie angezockt. Es ist geplant, Mitte des Jahres, so Mai, das Ganze auf Kickstarter zu bringen. Also wir machen auch noch mehr zu. Und Erster Weltkrieg, The Longest Trench, Mittelmächte, Intent. Und man legt Karten. Das ist ein relativ einfaches Kartenspiel. Man legt sich Karten gegenüber. Das heißt, der Attacker, ich habe 20 Schlachten des Ersten Weltkrieges. Das heißt, also auch historisch, akkurat in der Reihenfolge. Das macht auch schon Spaß. Also geht mit der Invasion in Belgien los. Dann gibt es auch Seeschlachten. Die Doggerbank ist dabei. Und ich habe dann Gallipoli, Megiddo. Also wirklich, wirklich so diese Mahn. Also wirklich so diese, diese großen, bekannten Schlachten des Ersten Weltkrieges. Und da gibt es dann immer einen Attacker. Natürlich, Invasion Belgien sind natürlich die Mittelmächte, die Attacker. Während dann Gallipoli von anderen Leuten organisiert wurde. Also eben von den Intent-Mächten oder von den Alliierten, wie sie hier heißen. Man legt seine Karten sich gegenüber. Das heißt, der Attacker legt immer die erste Karte und dann legt eine Karte genau gegen diese Karte der Verteidiger. Das macht man noch zweimal. Dann hat man drei Karten, die sich jeweils gegenüberliegen. Die haben Kampfwerte. Die haben Kampfwerte. Dann haben die gleichzeitig noch so einen Raster drauf. Das heißt, in welcher Schlacht die unter Umständen einen Bonus geben. Also die haben oben den Kampfwerte, dann haben die unten einen Bonus. Und bestimmte Einheiten oder Armeetypen geben dann in bestimmten Schlachten später, geben dann in bestimmten Schlachten einfach einen Bonus. So, das heißt zum Beispiel, dass die Amis, das ist eine Ami, die ist ziemlich stark, aber die gibt noch einen Bonus und wird dann noch stärker. Aber erst in der letzten Schlacht 1918. Das heißt, das ist schon thematisch. Das kommt auf jeden Fall schon hin. Dann gibt es Eventkarten, die auf Gallipoli zutreffen. Dann, die Belgier sind sehr stark im Beginn der ganzen Sache. Also es ist schon ganz gut gemacht auf jeden Fall, finde ich. Dann würfelt man. Immerhin haben wir hier Wargame. Und 1 bis 3 sind Treffer. Und diese 1 bis 3, wenn man die gewürfelt hat, 4 bis 6 ist halt daneben, die verteilt man auf den Karten. Man kann auch weiterhin seine Karten immer wieder supporten. Und Würfelergebnis plus Bonus plus eventuelle Support Cards, die man gelegt hat, ergibt dann den Wert der Karten. Und dann wird eben geguckt, wer welche Front Center, Left, Right gewonnen hat. Und dann geht's, dann hat man also 2 zu 1, 1 zu 2, 3 zu 0, Decisive Victories gibt's auch. Und dann gibt's Siegpunkte entsprechend der Mathe, also der Mathe, also dieses Spielplanformat von Schlacht zu Schlacht wandert. Decisive Victory gibt noch einen Bonus-Siegpunkt und hat wieder so eine Waage als Siegpunkt. Das heißt, Siegpunkte gehen entweder in die andere Richtung oder in die andere Richtung. Und es gibt dann Sudden Death, ich glaube bei 5 Siegpunkten oder 6 Siegpunkten liegt der. Oder man spielt halt komplett durch und dann guckt man, wo der Marker liegt. Wir haben das Ganze mit Sudden Death gehabt. Natürlich ist es glücksabhängig, natürlich würfelt man das. Man hat aber trotzdem eine Menge Entscheidungen und hat hier auch so ein bisschen taktisch was zu machen. Wobei die Taktik eher so da drin besteht, da hatte ich so erstes Mal den Eindruck, sein Deck so für sich zu behalten. Man weiß ja, welche Schlachten kommen, man weiß, was da unter Umständen gefragt ist, vor allem die Seeschlachten. Und es gibt 5 Karten in meinem Deck, also jeder hat ein eigenes Deck, nur mit Schiffen, also mit Flotten. Wenn ich also zur Seeschlacht komme und habe alle meine Flotten abgeschmissen, um Armeen zu ziehen, ist schlecht. Ja, denn mit Armeen gewinne ich nichts auf dem Wasser, dafür brauche ich Schiffe. Definitiv, wenn ich keine Schiffe habe, kann ich nicht angreifen, beziehungsweise ist das Ganze eine relativ leichte Sache für den Gegner, das für sich zu reißen. Hat Spaß gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin gespannt da auf weitere Partien. GameMeter steht jetzt hier auf 1, also es ist wirklich, ja, es ist eine leichte Sache, es ist ein totales Gateway-Game. Würde ich jetzt eine Sendung machen mit Spielen, also Gateway-War-Games, würde das gut reinpassen. Definitiv. Auch wenn es jetzt nicht irgendwie Hexen-Counter ist, auch wenn es ein Kartenspiel ist, aber es hat schon große Anleihen, sag ich mal, durch dieses Würfelsystem und dementsprechend, ja, doch, kann man also gut in diese Richtung ganz einfach nehmen, würde ich sagen. The longest stretch. Letztes Spiel diese Woche, noch ein Kaffee, da war der Wunschvater des Gedankens. Ein Spiel, das lange auf dem Peil lag, sowohl bei Mirko als auch bei mir, die haben es beide gebackt, als wir es aufgemacht haben, damals gleichzeitig beide einen Hals über einen, den muss ich zeigen, völlig belanglosen Sack Holz. Ja, und das ist wirklich schade um die Bäume, die dafür irgendwie draufgegangen sind, was auch immer, das ist dieses Zeug hier. Nutzlos, völlig nutzlos, das ist die Deluxe-Version, so, auch das wieder ein guter Hinweis mal, das ist die Deluxe-Version, dieser Sack hier und man kann nicht genau erkennen, was es ist, es sind Möbel, man kann aber nicht genau erkennen, welches Möbel es ist, das Spiel ist Alexandria, so, 5,8 bei Board Game League, das ist vernichtend und ich weiß nicht, ob diese 5,8 eher darf durchkommen, dass sich alle Welt über die Deluxe-Edition so aufgeregt hat. Diese Möbel sind auch als Pappcounter drin, dann steht auch drauf, was es ist und man kann es auch so ganz gut erkennen, es sind Möbel und man muss aber wichtig entscheiden, was es ist. Das Spiel selber ist die Bibliothek von Alexandra, Library in Zinders, das heißt, die Bibliothek brennt. Dadurch ist es so, weil ich habe ein Spielfeld, das immer kleiner wird, das wird vorher nach so einem Legemechanismus ausgelegt, der ganz interessant ist, das heißt, das ist relativ variabel auch und ich baue diese Bibliothek auf, dann lege ich da überall diese Möbel rein, per Zufallssystem und am Ende der Runde gibt es nach so einem Prioritätenschema, werden dann entsprechend der Spielerzahl Räume abgezogen, das heißt, es wird immer kleiner und am Ende ist die Bibliothek auch weg, das macht natürlich auch Sinn, denn sie steht ja auch nicht mehr. Ich habe asymmetrische Charaktere, das ist schon mal eine sehr schöne Sache und jeder hat ein eigenes Kartendeck und ich habe auch hier einen Timetrack, mit dem ich spiele und zwar mit diesem Timetrack kann ich verschiedene Aktionen machen, diese Karten, eine Karte nehmen zum Beispiel kostet 1, wenn ich eine Karte spiele, abhängig ist von dem, was da steht. Ich kann allerdings Zeiteinheiten meines Gegners nutzen, denn wir spielen hier nicht so richtig kooperativ, ich kann Zeiteinheiten meines Gegners nutzen, ich habe zum Beispiel eine Karte, also relativ mächtige Karten, brauchen vielleicht vier Zeiteinheiten. Zwei von mir und dann sind da zwei Schwarze. Weiße sind die, die ich auf jeden Fall bezahlen muss, bei den Schwarzen ist es dann letzten Endes so, dass ich diese Karten, diese Schwarze entweder selber bezahlen kann oder jemandem, der noch im Raum ist, nearby oder auch angewärts steht und ja, das kostet ihnen Zeit, es gibt Leute, die profitieren davon, aber es kostet ihnen in erster Linie erstmal Zeit und mir bringt es eine ganz gute Aktion, die wir letztendlich Punkte bringen. Punkte sind verdeckt, das sind so Punkteschips und ich interagiere in der Regel auf meinen Karten mit Mobiliar. Das heißt, ich brauche ein Bücherregal, um eine bestimmte Aktion zu machen, um einfach Bücher daraus zu holen, die zu retten. Dann habe ich drei verschiedene Stapel, nämlich Items, Personen und Bücher eben, die ich retten kann und auch das bringt mir Punkte. Da gibt es so eine kleine, so eine Mini-Set-Collection, die am Ende des Spiels nochmal vier oder acht Punkte oben drauf bringt. Ja, und wir haben es zu zweit gespielt. Ich glaube, dieses Spiel sollte man auch zu viert spielen, weil die Charaktere so ein bisschen aufeinander Einfluss nehmen. Bei dem einen ist es zum Beispiel so, der braucht unbedingt so Schreibpulte, um damit Punkte zu machen. Also er macht ganz viel über Schreibpulte, während der andere Punkte macht, der bei Schreibpulte zerstört. Und das ist dann schon, merkt man schon so ein bisschen, wie es hier und da so abgehen kann. Es ist jetzt nicht mega komplex, es dauert auch nicht mega lange, aber ich fand, wir haben, und da waren uns auch beide einig, dass wir beide so einen Eindruck bekommen haben, wie dieses Spiel laufen kann, wenn man es zu viert spielt. Und das ist, glaube ich, auch wenn man das mit vier Leuten spielt und alle haben das ein paar Mal gespielt, dass man das auch wirklich sehr cool spielen kann. Grund, gestern das erste, überhaupt das Spiel rauszuziehen, war eigentlich, ich habe mich über Spiele verkaufen und dann überlegt, ja komm, ziehen wir mal raus und gucken, ob das jetzt weg kann. Nee, erst mal nicht. Also ich muss sagen, so, dass es jetzt irgendwie aus dem Haus kommt, dass ich es mit Schimpf und Scheine nie wieder spielen würde, kann ich nicht sagen. Also es hat mir jetzt, ich fand es gar nicht schlecht. Ich fand es gar nicht schlecht. Es ist ein sehr eigenes Spiel, so eine Sache, die ich einzigartig so ein bisschen. Da sieht es noch wieder gut aus, es ist dieses französische Comic-Artwork, das ich ja ganz gerne mag und ja, es kommt einfach wieder auf den Tisch und ich bin gespannt. Ich bin einfach gespannt. Wir wollen es also demnächst mal zu viert spielen und werden schon zwei finden, die wir zwingen können und von daher, ja, erst mal verhalten wohlwollend, würde ich sagen, zu zweit, aber zu viert, glaube ich, kann das was werden. Aber wir werden es nicht Deluxe spielen. Ja, das war die Woche. Wie war eure? Was habt ihr gespielt? Und hattet ihr Kaffee? Oder musstet ihr auch Tee trinken? In diesem Sinne, was habt ihr gespielt? Was sagt ihr zu diesem Spielen? Habt ihr Aqua Mirables gespielt? Habt ihr Maracaibo Solo? Ist wahrscheinlich von allen, was hier liegt, das am meisten verbreitet im Spiel? Habt ihr Tindas Trail? Interessiert euch so lange Strange, wenn euch solche Spiele, also sagt mal Wargames interessieren? Haut einfach mal rein. Alexandria, was sagt ihr? Hat's wer damals noch gebackt? Erzählt, ich bin total gespannt auf alles, was so kommt von euch an Input und freue mich zu lesen und zu antworten. Ich habe es diese Woche kaum schaffen können zu antworten, aber auch das zieht wieder an. Bis dahin, besten Dank, schönen Sonntag wünsche ich euch. Macht es gut. Tschüss. Tschüss.